Seit 2000 Jahren lebt der Heilige Geist auf der Erde als Stellvertreter Christi. Stets bemüht, seiner göttlichen Aufgabe gerecht zu werden. Das ist natürlich im Lenkdrauchenbereich eine Sensation. Doch die ruhigen Tage des Heiligen Geistes sind gezählt, als plötzlich Gottes Sohn vor der Tür steht. Hey! Was machst du denn eigentlich da? Am 31. Dezember findet die Apokalypse statt. Ist das Weltuntergang? Ja. Menschen, Tiere, alles weg? Ja. Ihr habt's echt einen Vollvogel. Psst! Reh geht's! So was Schönes, das wollt's ja kaputt machen. Das ist gefülllos. Wahrscheinlich war's krank. Das ist ja ein schönes Puppenhaus. Das ist doch kein Puppenhaus. Das ist ein Bühnenmodell von meinem Musical. Solche Sachen machst du? Und deswegen geht an Silvester kein Apokalypse. Wieso nicht? Weil da Premiere ist. Was steht dir vor? Nur der? Das Volk, geknechtet von Hiatiti dem Zweiten. Die Sklaubinnen, das sind die da, die leiden unter seiner Willkür. Und ohne ganz besonders, das ist die da. Wer ist das denn? Das ist Simona. Wer? Ja, meine Hauptdarstellerin. Und dann? Dann steht er da. Die machen hier anspruchsvolle Unterhaltung für Erwachsene, oder? Happy New Year, you, Nicky. Ich hab meine Bestimmung erfüllt, ja? Wer hat denn guter gewirkt? Wer hat die Jünger gelehrt? Oh. Da haben sich aber zwei schöne Kabalier rausgesucht. Wir brauchen jetzt einfach ab, du Arschloch. Schleich die Abmarsch. Wir drei gehören zusammen, wir sind die Dreifaltigkeit. Das müsste ich jetzt direkt googeln.